Yeah buddy, was geht ab ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei PORWOTTV. Mein Name ist PORWOT, wir spielen ein Community gegen den Rest der Welt und es ist mal wieder ein Gast dabei, den wir länger nicht mehr hatten, mit dem ich aber immer sehr, sehr viel Spaß habe. Der liebe Toxic LP! Wooppa Gundam's 3! Woop, woop, woop! Oh yeah! Was geht ab? Ja, lange warst du nicht mehr dabei. Ja, mega. League of Legends, sagst du, spielst du jetzt auch nicht mehr so oft in letzter Zeit? nahezu gar nicht nur aber ich habe mich natürlich von meinem thron herab geschmissen um mich hier dann aufzunehmen weil ich habe ja eigentlich mit lol quasi abgeschlossen aber ich bin ganz ehrlich für so eine fun aufnahme mit dem grünen thomek da bin ich gern dabei nice kennst du die neue passive von zilte? ich musste weg vielleicht da ist er raus ja ich bin weg aber was mit meinem team die kommen auch noch weg die kommen auch noch irgendwie weg nice so euer wunsch war wolibär in der toplane habe ich in den letzten kommentaren gelesen deshalb packe ihn natürlich aus wolibär spiele ich selber sehr sehr gerne mit dem bis absolut mega stark na wir schauen mal was die gegner da so noch fabrizieren jasur wenn er da in die richtung kommen würde die wollen ernsthaft meinen scheiß ja das gute ist mit fidi hast du ja wobei blubuff wäre schön wenn du den hast so erstmal schön zugebissen ja wie siehts da aus hast du blubuff? ich muss mein smite ab 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 ja er gejettet nice er hat aber resettet er hat aber resettet hehehe zu und die machen ihn weiter? die machen ihn ernsthaft weiter ja geil immer schön Power Detect setzen und dann zubeißen ich bin am Arsch echt? oh gibt es nicht was ist das denn für ein Tryhard? guck mal da spielt man einmal wieder los einmal und wird so hart im Early einfach schon gefickt das ist das geil aber ich wurde gerade gefickt jungen 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 von ner Botley und nem verdammten Amu nicht massiv wie ist das ein Chili ach und dann fragt man sich woher? warum spielt ihr eigentlich keinen löwe meer? genau aus diesemARY bei League of Legends gleich muss man das härteste Fell von allen spielen haben das Gute ist das bin Shin Awesome ich kann mich relativ gut hier halten auch ohne level 2 aber und noch doch es hat gereicht die minions nice sauber eine verdammte power alter dieser bild gut job brauche ich denn jetzt muss ich mal ganz kurz schauen damit ich mir in die richtung sunfire auf jeden fall so was da krieg ich ja schon wieder plack auf den zählen da bleibe ich sogar jetzt noch da den nehme ich nochmal maß so ich werde natürlich meinen drain hochskillen damit ich early drake machen kann und solche was sagen ich bin jetzt ein einfach ein richtiger so was wir hier haben weil die katharina ist gemoved ja ich nehm dich maß junge feite mich weiter feite mich weiter feite mich weiter jes junge war das close aber die passive die hat mich immer wieder regeneriert sauber ja so auch mit dem nächsten kill und amumu war schon auf dem weg leider nur zu spät ja allerdings kacke er hat sein blu schon gemacht scheiße ich wollte sein blu machen weißt du quasi als counter aber er ist ja weggekommen schade 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 na gut ich hab sieben farm er hat zwei farm und er hat nicht mal zu fortbekommen die ganze stelle geht nicht im blu kommen würden und ganz ehrlich das nirgendwo jacke wie hose ich muss jetzt natürlich nur auf meinen nicht zu wollen weil ich bin bier ein pferd das passt schon mit der ist es ist es ist es schon okay ja das ist auf jeden Fall okay bildlich sagt das ist das gute wenn du das problem ist ein mann aber das ist das ist okay vor allem ich habe mit leider der keine mana brauche das heißt das heißt gehört für mich zu den champions die halt eine ulti haben die den ganzen teamfight entscheiden können und ich habe dir bei der wei sogar wenn du das siehst da oben ein peaky gestellt alter der damage ha bist du einmal mit wo lieber vorne trundle ist eigentlich auch ein beast aber er ist jetzt zu weit hinten schon und jetzt schon ich muss erstmal schnell meinen meinen oh leu meinen blue buff resetten ach der ist resettet nice so und hier nach muss ich auf jeden fall back er hat volle leben kann ich denn jetzt nicht ohne weiteres diven leider ich warte mal hier auf ihn vielleicht denkt er ich bin weggegangen und so mein drain bisschen höher und dann muss ich jetzt leider back hallo trundle ich hoffe er hat mein pink nicht komm schon nein ich kriege ihn nicht er hat sich zu schnell gemacht okay okay dafür klären wir aber hier sein ward zack das wollte ich gar nicht und 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 ich nehme lieber nochmal ein pinky mit der pinky und der brain 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 und mein bluber ist ja die werde mich wahrscheinlich gleich wieder counter jungen aber ja ich mal nie ich mal kommen wir das nicht in der pötte du hehehe wohl wer hat denn den kill bekommen äh die jinks ja gut das ist doch natürlich aber ihr seht schon das war welche die durchgehend am schreiben sind lacker omfg oder weiß ich durchgehend die talken einfach nur die talken die kosten wir konnten trundle hat jetzt seine ulti da musst du ein bisschen aufpassen auch wie viele dauerschisse ich kassiere pl accounting jungen das ist halt der vorteil eines wo die bärs ja auch die passive ist so geil dass er sich einfach wieder ordentlich leben regeneriert er ist fast um der junge glaube ich versuche ihn mal zu falten du willst was du willst ihn falten? ja ich bin erstmal ein bisschen behind und schon hat er weggeflasht was macht der mumu hier? hallo mumu fast könnte ich die beide besiegen aber dafür bräuchte ich auf jeden fall mein bilz warte mal warte mal mumu steht da rein nice die botline kriegt auch ein kill ich versuche mir mal mumu hier zu schnappen nein der hat jetzt hier gewordet oder was? da ist er hier ist der blue buff ne? ja ich hab meinen warte ich warden den mal für dich hier mhm ah hier steht ein ward also wenn dann musst du von der anderen seite kommen warte ich komm von der anderen seite guck mal wieder da steht der kleine mumu shit der andere übrigens ich hab jetzt auch meine ulti das heißt ich könnte meine ulti rein um mit den mumu zu holen nein hier sind die komm schweißen in die komm ja 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 oh kanarina komm das war schon sehr sehr greedy ich komm nicht weg nein ne aber das war mein fail da hab ich ein bisschen reingebated ein bisschen ich wollte unbedingt dass wir noch den blue buff klauen als rache dafür dass die nefaya geklaut haben aber katerina hat halt dieses eklige snowball potential ja oh und schon wieder ich hab grad meinen blue buff er ist weg ups oh man vollzett grad meinen red buff oh man ich schlafe nicht mehr von dir beiden epic baits damn cold alter oh katerina hat jetzt einen double buff das wird für der suhr auch nicht leichter ich schau mir die gleich zurück alter der rasiert rasiert er sie er rasiert sie und jetzt hat er einen double buff das macht er schon die ganze zeit deswegen ist alles gut ich dachte vielleicht mit dem double buff wird es für ihn nicht ganz so einfach das nicht ne alles easy das ist ein guter guter boy ja mumu aber guck mal jeder mumu hat ja immer noch keinen einzigen support keinen einzigen kill ich muss gleich auf jeden fall ähm den tomeck baiten nein ne gleich derek bitte Hilfe bitte recover ok oh ne oh ne das war ich weiß nicht wie viele hp es waren aber sehr sehr wenige hat er überlebt das ist sehr ärgerlich so guck mal das team rotiert perfekt ich bin stolz wie hulle und da kannst du jetzt gleich oh da kommt jetzt ein da kommt die oh da kommt die finne ulti wow gg voll gg alter nice du machen wir mal einen infernal drachen war easy come back für mich gg ich bin nur um oh dein pinkie dort oben ist weg dann muss ich jetzt mal einen neuen stellen oh please na endlich mach Was machst du denn da so lange? Was ist denn mit dir los, ey? Bam, Junge. Bam. Okay, was gönnen wir uns hier? Die E-Spiele geht jetzt mal zweit. Die Krabbe ist auch ekelhaft, ja. So, dann geh ich jetzt kurz back. Mache dann mal Blue. Diesmal behalte ich den Blue. Diesmal höre ich nicht mehr auf dich. Da könntest du mir ganz dezent vertrauen. Warte, Juli. In 20 Sekunden. In 1 Minute 50 ist deren Blue-Warp. Nein, vielen Dank. Alter, weißt du, was ich jetzt mache? Weil ich genau weiß, dass die eh wieder auf mich counter-junglen werden. Geh ich mir gleich ein Morellos holen. Obwohl das eigentlich richtig untypisch ist. Aber ist mir egal. Ist mir egal. Weil ich finde das neue Morellos eigentlich mega nice, ne? Das Lost Chapter ist mega. Ja. Was auf Fiddlesticks auch gern gebaut wird, das kennst du vielleicht gar nicht als Item, oder? Wenn du jetzt länger kein Lied mehr gespielt hast. Was denn? Äh, das was, äh, wenn du das aktivierst, hast du sogar einen Gap-Closer. Warte, äh. Mit welchem Item? Ich muss mal ganz kurz gucken, wie ich das hier finde. Warte, wo war'n das hier? Äh, ne, nicht das. Oder das hier. Hextech Protobelt, genau. Ja. Muss mal schauen. Ne, ich, zum leid, ich stecke da nicht mehr so in der Szene drin, du. Ja, ist nicht schlimm. Hauptsache, du feierst hier mit mir das Ganze ab. Ja, ja, ja. Und Katharina? Ja, die Katharina macht jetzt alles quasi ganz richtig, denn die fängt an zu rumen. So, ich hab' meine passive, von daher gehe ich davon aus, ich werd' den besiegen. Wie bitte? Ich werd' den besiegen. Damn, und wieder weg. Nice! Oh, du stehst 4-1, ich steh' 2-2-2. Na, das war einfach, weil ich am Anfang zwei Kills bekommen habe. Da war' ich schon viel zu weit vorne. Wolli-Bears einfach... Das find' ich krass an diesem Champion. Du kannst ihn mit mega vielen Leben bauen. Und trotzdem wird er halt richtig was raushauen, ey. Ja, er macht halt diesen prozentualen krassen Damage, ne? Ja, genau. Das ist so fucking strong, man. Oh, was? Die Katakryte unten auf Wasser? Wolli so early gepinkt habe? Ach so, Mitte. Ach so, okay. Ich dachte grad, sie hätte auf der Botlane noch einen Kill bekommen. Oh, die Jinx, Leute. Die Jinx sind in die Mitte geräumt. Eigentlich könnte ich jetzt eine aggressivere Variante von Wolli-Bears bauen. Ja, dann do that shit, man. Do it, do it. Do it for the kids. Na gut. Na, Wamox ist jetzt glaube ich nicht... Nee, Wamox ist nicht das Beste, aber hier, äh... Ähm... Kein Wort. Spirit Visage. So ein fucking greedy as hell. Haha, da geht er schon wieder hin. Ja, da ist er. Guck mal, der ist so low. Und die wissen's sogar, ne? Wegen dem Wort. Ja, da ist ein Wort, aber das ist mir egal. Ich zieh... Ich zieh den einfach weiter raus. Ich komme auch in die Richtung. Oh, da ist ein Mumu! Die kleine Mumulicious! Hä? Hallo Trundle? Was willst du gegen diesen fetten Bären machen, Alter? Ja komm, dann klau ich dem nochmal hier die Wölfe. Freut sich der Mumu bestimmt. Hahaha. Äh, er hat mich gekaut hat junglet, ich gekaut hat junglet ihn. Alter, wie sieht's hier eigentlich aus? Guck mal. Das Problem ist, hier ist überall gewartet. Gewartet. Ich müsste, glaube ich, mal auf der Botline ein bisschen was reißen. Na, kriegen wir die Krabby Glitches leer? Jawoll. Okay, dann gehen wir uns leider mal ein bisschen farm in den Medien. Hopp. Na jetzt ist die Frage, Alter, kann ich's mit zwei aufnehmen? Ich versuch's, ich versuch's jetzt, Alter, ich gebe alles. Wie egal, ich gebe alles, ich gebe sowas von alles. Oh, ich kann's nicht mit zwei aufnehmen. Ähm, ansonsten kannst du... Ne, du kannst's nicht mehr zu mir. Oh, ich kann aber laufen. Ich kann laufen wie ein verrückter. Ich muss nur hier dodschen. Nein, nur der Dodge hat nicht geklappt. Hahaha. Okay. Das war wohl nix. Hahaha. Gegen zwei, aber ich wollte's ausprobieren. Ich stand 4-1. Wie standen die beiden? Trundle stand 0-4. Ah, fuck, bin ich Bini! Oh, das ist gut! Muss ein bisschen ab... Jau! Nice. Oh, was geht denn in der Botti, ja? Uh, das ist böse. Uh, das ist böse. Ich war so ein Idiot, ich hab mein Drain abgebrochen. Weil ich unbedingt meine E drauf haben wollte da vorher. und hab das mal die... die Combo gefailt. Das nächste Mal andersrum. Nein, wirklich? So. Alter, ich hab mega Money. Ich hab 2800 Money. Money, 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 Money. Money! Haha. Nice, Alter. Ich bin... Ich bin auch langsam auf dem Weg. Ah, fuck. Oh, was steht sie denn da rum? Die wird weg springen. Die wird weg springen, oder? Ich hab erst in einer Minute ulti. Zieh mich, zieh mich, zieh mich. Zieh mich, zieh mich. Woah, nicht den! Woah, da kommt... Oh nein, da kommt echt noch... Trundle-Tipi. Woah! Die Jinn-Ulti? Gar nicht mal so blöd. Ich hab sie gefeiert. Ich hab gemacht, was ich in meiner Macht gestanden. War okay, war okay, war okay. War okay, war okay. Ich überleg jetzt noch, was wir jetzt hier was machen. Ich hab erst mal ein Sonnenes gebaut. Ich glaub, das war ein bisschen... Wollte ein bisschen auf safe gehen. Ein bisschen safe zu gehen. Yes! Yes! Ich krieg noch einen Support! Easy boy! Komm schon, komm schon, komm schon, Gini! Yes! Genau, das wollte ich. Und den Bissi haben wir dann auch noch. Komm schon, Jinn. Komm schon, Jinn. Komm schon, Jinn. Gönnt euch! Nein! Der Dub ist dann von Jinx. Warte, das ist eine Idee auch. Ich lauf aber trotzdem noch. Oh, hier ist er sogar noch. Hat er Schuhe? So. Er hat 500 Schuhe, okay. Wir können gleich nächsten Drag machen. Ich versuch's trotzdem noch. Wir können Drag, wir gehen zum Drag. Das ist der zweite Fanaldrache. Äh, nicht ein Fanaldrache. Doch, ist das ein Fanaldrache? Komm schon, beiß ihn, Junge! Yes! Jetzt auf den, jetzt auf den! Jetzt auf den, jetzt auf den! Nooo! Die haben Momo-Ulti! Oh, mit der Jinx-Ulti. Erstmal böse. Das kann natürlich... Die jetzt den Drag kriegen. Ich hab Ulti, die kriegen keinen Drag. Vertrauen mir. Okay, nice. Oh, ja, Tam Kentsch. Okay, Schal. Sie lassen sich nicht behalten. Oh. Oh, Katharina ist auch schon wieder da. Die würde ihn anspringen wollen. Oh, was? Oh, oh! Die wusste, dass du da bist! Nooo! Das prallt auch noch so wunderschön ab. Wow! Ich brauch einen deutschen Sweeper. Ich hab grad schon... Ich hab grad mein Glo gemacht, oh Mann! Oh Mann! Das war so dumm von mir. Ich hab keine Sweeper gehabt und gecheckt, ob sie weiß, dass ich da bin. Wir hatten eben grad diesen Scheiß in dieser ganzen Ecke. Aber ich muss sagen, das hab ich auch nicht erwartet, Alter. Sie hat so ein bisschen Yasuo gecheckt und auf einmal springt sie direkt auf. Und des Weiteren, ich hab meinen Sonja und ich hab's nicht genutzt. Na, da spielt aber jemand richtig häufig League of Legends. Ja, ich spiel richtig oft. Also ich erinnere mich immer an meine ganzen Alters, die ich machen muss. Pass. So ein Gamechen kann man immer mal zwischendurch reinschieben. Ja, ist ja nicht so, dass die Mechanics komplett verloren gehen. Ich meine, ich stehe 3-4-3. Genau, das passt. Der Mumu ist richtig am Sacken. Und ich sag immer wieder, ganz ehrlich, ich hab am Ende dieses Game, also das Late Game, ist meins. Und meine Ulti. Die Katarina stumpf irgendwann ab. Wunderschön gemacht. Oh nein, sie hat aber trotzdem ihre Reset. Ey, dieser Reset Champion, das ist nicht normal, ey. Vor allem, sie hat vorhin irgendwas geschrieben, so, Höhöhöhö, Noob Champion, ne? Ja, Mann. Du weißt schon, dass sie Katarina spielt? Hm. Wobei Katarina ist gar nicht so nubig, ne? Du musst halt auch sehr viel Skill beweisen, um immer wieder die gleichen Tasten zu drücken. Ganz genau. Okay, aber sie machen immer nicht den Break, dann bin ich sehr glücklich. Das Ding ist, ich würd auch mega gerne Ulti, aber ich komm hier, glaub ich nicht rüber. Oh doch. Gönne ich mir noch die Kleine, wa? So, wer ist jetzt stärker, Alter? Ich hab meine... Boah, ich schaff's einfach nicht gegen zwei, Alter. Was soll das? Was soll das, ey? Ich mach hier grad so'n greedy Move, ich hab kein... Ich habe kein... Äh, Ward. Oh Gott. Aber... Äh, verabschiedet sich ganz gut. LOL! Oh, was für'n Schild, Alter. Was für'n Schild von BC. Oh nein, ich danke für die Hilfe. Da hat mir tatsächlich die Jinx geholfen vom Gegner Team. Beim Dumbdrag. Oh! Alter, Infernalldrache, easy. Das ist ja das gute Gefühl, du hast echt geile Pressure auf die Objectives, ne? Weil du einfach auch relativ early die Sache machen kannst. Mhm. So, geh ich jetzt... Ich muss mir ne Abysse holen, glaub ich sogar, ne? Gegen Amumu und... Wobei Amumu nicht, aber gegen die dumme... ...Haterine, ne? Oh, please. Oh, please, Alter. Du bist am Amoja, oder wie gesagt? Weiß nicht. Ja, doch wahrscheinlich, ja. Versuch mal wegzukommen, aber... Nice. Puh. Ich hab'n 10 Sekunden Ulti. Ich glaub, wir könnten... Boah. Ich hab'n Clinch, komm'n hier ran. Boah, willst du rüber? Oder... Ich hab'n 1 Sekunde. Oh, echt? Shit, Alter. Schade. Ich hab'n jetzt erstmal ne Ulti ab, quasi. Ich hab'n jetzt erstmal ne Ulti ab, quasi. Ja, die haben echt gut gewartet, auch überall. Nice. Schön von Clinch gejabbert. Kennst du das Wort noch? Jabbern? Jabbern? Wenn man was isst. Ja, Mann. Jabbern ist... Oh, jawoll. Die Katarina ist da. Na komm. Na komm, Wohli. Wohli, hau sie weg! Hau sie weg! Hau sie... Oh, no. Schon wieder so close. Kein Flash, ey. Ah, die wissen immer genau von wo ich komme, ey. Das kann doch nicht sein. Warum die überbohrt's? Sooo... Na, die Botlin muss auch unbedingt mal den Tower langsam holen. Kommen sie hier ran? Und hier... Von hier nach hier ein Ulti? Ja, ja, ja. Oh, die sind schon wieder... Braust du grad nicht? Okay. Oder vielleicht doch? Oh ja! Oh, hallo! Bam! Okay, der ist weg. Ja, für den werde ich nicht Ulti, ne? Passt. Ich muss da Mumu holen, okay? Ja. Alter, ist der Tanki, ey. Oh nein, nicht schon wieder Cutter. Die ist auch schon, die haben überall Mord. Oh, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Okay, okay, okay. Wow! Du wirst sterben. Sonja's? Nice! Aber es ist auch die Suche. Ja, komm. Ja, komm. Another time. Hab da, hab da, hab da, komm schon. Another time. Nein, da ist Cutter noch! Boah, diese Cutter, ey, das kann nicht sein. Ja, es ist halt ne Cutter, ne? Ja, das kann nicht sein. Also, ich war... Ich hab auch gerade... Wir müssen, glaube ich, so heftig Gruppen brauchen. So ne heftige Ulti von dir oder so. Ich muss gleich ein bisschen bauen, auch definitiv. Ich brauche jetzt schnell Relais für ein bisschen bei Tanki, das. Oh, Racer ist cool, ja. Und danach gehe ich auf ein bisschen einfach. Ich brauche einfach mehr Schutz. Schutz von mir selbst. Oh, okay, Bro, okay, Bro. Wow. Nice. Nice. So macht das unfassbar, aber noch möglich. Der macht das so schön. Und der hat sogar meinen Gruber wieder bekommen. Darüber bin ich sehr glücklich. Der Gruber ist wieder in der Familie. Ja, der hat meinen Wettbewerb nicht gemacht. Ist ja auch sehr nett, wenn er mal nicht etwas schon gemacht hat von mir. Ja, Mumu. Oh, oh, jetzt sind wir aber da. Nicht sterben, Junge. Nicht sterben, Junge. Yes. Mit paar HP. Wie viel waren es? Ca. 50. Ich würde eigentlich mega gerne und mir nochmal die Cutter holen, dass wir die Mitte pushen können. Ja. Ich denke mal, wenn wir jetzt so groupen, das passt schon. Problem ist an der ganze Sache allerdings auch, wir haben immer noch keinen Bot Tower. Boah, der PC, Alter, der spielt das immer so misky. Guck mal, jetzt. Ey. Stundenglas. Hast du noch? Ne, brauchst du gar nicht. Okay. Easy. Wie sehr, was gibt es mit mich Fokus, ne? Ja, voll übertrieben, Alter. Sie dachte, sie kann einfach durch alle durchlaufen. Sie dachte, sie riecht sie bei Rambo. So, ich würde mir jetzt gerne die Jinxie holen. Vielleicht ein Drake, ja? Oh, ein dritter. Drei Infernal Drachen, oder was? Ach was, Junge. Das wäre natürlich übel, ey. Okay. Hallo Jinxie. Ne. Haha. Ey, was die sich immer denken. Was die sich immer denken. Haha. Ey, geil. Und ich habe gar nicht, ich habe gar nicht gerafft erst mal, das durch mein eine Q. Yasuo ja auch direkt, dass ich anultieren kann. So, ich mach da mal schnell einen Drake. Unser dritter Infernal Drache. Nice, Alter. Der ist so gut wie gays, Alter. Sauber, 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 sauber. I like. Was hole ich mir jetzt als nächstes? Vielleicht irgendwie noch ein bisschen Magieresistenz. Oh, really, nigger? Ich bin whom? Hat er gerade die Endbombe geworfen? Ja. Oh, Bot Tower haben wir auch bekommen. Geil. Ja, jetzt sieht es richtig gut aus. Diese Katta hat einfach mit ihrem Move alles verschenkt. Ja, warum? Weil sie, Alter, sie ist eigentlich so. Oh mein Gott, da ist eine Krähe. Ich laufe, 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 laufe. Diese Krähe gehört mir. Ey, also die hat ja der Fokus auf mir. Ist ja okay, er ist gerechtfertigt. Ich meine, ich bin ein Fiddlesticks. Aber so motherfucking hart dem Schuh. Ich bin mir da nicht so sicher, ne? Also in jedem Fall ist sie aber immer noch gefährlich. Ja, ja, also sie ist noch machbar. Vor allem wenn ich sie wegfiere, dann kann sie nichts tun. Dann sage ich nur, was willst du? Ja, das ist geil, genau. Damit kannst du auch ihre Ulti abbrechen. Ja, das habe ich mir extra aufgehoben. Problem ist natürlich, wenn sie dadurch andere Sachen im Reset bekommen, ist die Ulti schneller wieder bei 2-0. Oh, jetzt ist... Nein, er wird alle Ulti. Oh mein Gott, wie schön, wie er gemacht hat. So, ich komme jetzt und werde nicht sterbe und meinem Lou wieder verschenke, dann werde ich sauer. Ja, aber einer ist von den Gegnern tot. Wir können vielleicht hier schön pushen, ne? Und hier ist hier wieder Ward. Wardelicious. Du könntest von hier, glaube ich, hier rüber Ulti. Einfach so mal Nihonen. Wenn hier nicht überall Wards führen. Ich renne mir in die ganz andere Richtung. Ich denke, ich bin woanders. Ja, wenn wir Minions haben, kann ich das ein bisschen rein. Ja, okay, wobei Yasuo ist jetzt weggegangen. Oh, hier steht ein Wort. Haben wir noch was zum Clearen? Ne, ich bin der einzige mit Item zum Clearen. Ohhhh! Okay, dann hole ich mir die Jinx. Oh, Bissi, gar keine Chance hat. Dieser fette Bär, Alter. Hallo, Bissi. Lächerlich. Lächerlich. Den Tank zu ziehen, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Vor allem, wenn dieser Tank knapp an 4000 Leben kratzt, ey. Und noch eine passive hat, die über 1000 Leben kratzt. Sag mir bitte, dass die im Blumen da ist. Oh, verdammt. Hm, eigentlich bin ich hier noch nicht fertig, ey. Habe ich doch gesagt, Ben. Nächster Kill. Wieso macht er meinen Flash denn hier nicht? Äh, meinen, meinen Smile. Oh, das ist in my mind. Yo, und den nächsten Willkommen. Junge, ist wohl lieber ein Biest oder ein Biest? Ich würde sagen, er ist ein Biest. Mhm. Uh, Jinx hat die kein Böse. Und die Gegner hat surrendered. Nice. Was für ein geiles Game. Leute, schaut auf jeden Fall in die Beschreibung. Da findet ihr den Link zu Gilbert. Zu dem Compagnon, der hier gerade mit mir gespielt hat. Der hart gerackt wurde im Early. Yo. Auf jeden Fall, danke euch fürs Zuschauen. 10 Sekunden. Und Gilbert, hast du noch was zu sagen? Ich hatte meine Blues im Endeffekt immer nur 10, 20 Sekunden. Nice. Aber ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.